Herzlich Willkommen hier wieder zurück bei Let's Plays Battle, äh Star Wars Battlefront. Wir nehmen wieder, äh, die Klone und spielen auf Tantive oder Tantive 4 oder 5, keine Ahnung, 4, glaube ich. Das ist, glaube ich, die Stadt, wo Boba Fett und so kam. Würde ich einfach mal so behaupten. So, Granate. Mal gucken, wie das... Schade, jetzt sind... Oh, die drängeln mich alle weg, das ist das Blöde. Schade. Das geht auch mal wieder ab hier, das... Wo bin ich? Ich bin... Ich muss, glaube ich... Ja, ich muss hierher. Und hepp. Komm, einfach mal da rüberhüpfen. Oh, fuck, ich habe meine eigene Männer in der Luft gesprengt. Da kommt den hier noch. So, komm. Noch ein Kommandoposten für die Republik. So, ich lade mal jetzt nach. Wir müssen weiter... Wir müssen weiter vordringen. Ach, guck mal, das ist... Das ist das, wo da Feuerler und so kam. Das ist gar nicht, äh... Das ist hier, da Feuerler und so. Wo das durchgespringt? Genau. Jetzt erinnere mich an den Film. Als Yoda. Den kann ich als böse spielen. Oh, geil. Ich will Grievous spielen. Ich will... Ich fange jetzt böse an. Aber ich will böse. Ich spiele heute böse, doch. Und das ist hier der Raum, wo Lea und so, glaube ich... Boah. Ja, ich nehme jetzt hier... Ich nehme jetzt hier dieses Ding ein. Ich glaube, dann ist das auch eingenommen. Wollte jetzt... Wollte jetzt unbedingt General Grievous spielen, weil der ist ja ein Hammer, gell? Und da kommen sie. Oh, jetzt kann ich aber hier richtig loslegen. Boah, ist das geil. Boah. Aber der verliert auch schnell wieder Leben. Ich glaube, je mehr Schüsse der jetzt abbekommt... Kann man Leben aufladen mit einem... Ne. Ja, guck, das war es dann aber auch mit Grievous. Okay, dann bleibe ich jetzt bei dem Bösen, also bei den Druiden. Das ist aber kein mit. Boah, die sind aber auch schon schwächer, das muss man echt sagen. Boah, die sind aber echt schwächer. Okay, geh mal außenrum. Achten Sie auf die Handgelenk-Raketen. So, jetzt hoffentlich... Ist ja alles okay. Sieg. Hammer geil. Ey, mit Grievous war ja richtig fett. Und ich habe jetzt zu Grievous gewechselt, weil ich wollte mal sehen, wie der so kämpft. Und dann ist wieder eine Folge zu Ende. Es war eigentlich ganz cool hier. Guck mal. Boah. War eigentlich ganz okay, der Spiel. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.